Ora et Labora. Aachen, 12.08.1987. Das Studium nahm Alex weniger in Anspruch als gedacht. Nach seiner Bundeswehrzeit hatte er sich eigentlich darauf gefreut, mit Vollgas ins Studium einzusteigen und wieder die Schulbank zu drücken. Aber die ersten Kurse beschäftigten sich mit so wundersamen Dingen wie Töpfern, Freihandzeichnen, Kunstgeschichte, Modellbau und Baugeschichte. Alles Dinge, die ihm keine Sorgen machten, da er in handwerklichen Dingen recht geschickt war. Nur das technische Zeichnen bereitete ihm einiges Kopfzerbrechen. Er hatte keine Bauzeichnerlehre absolviert wie einige seiner Kommilitonen und musste sich die Fertigkeit erst mühsam aneignen. Die Uni hatte den Architekturstudenten spezielle Arbeitsräume zur Verfügung gestellt, weil die großen Zeichenbretter in den oftmals kleinen Studentenbuden kaum Platz fanden. Er teilte sich einen dieser Zeichenräume mit drei weiteren Studienkollegen und immer wenn er alleine war, holte er einen Kassettenrekorder aus seinem Schreibtisch und hörte sich Aufzeichnungen von Predigten an, die ihn begeisterten. Eine dieser Predigten beschäftigte sich mit Johannes 3, der Begebenheit, wo der Pharisäer und Theologe Nikodemus nachts zu Jesus kam, um mit ihm zu sprechen. Nikodemus hatte erkannt, dass Jesus mehr als ein gewöhnlicher Mensch war. Die Zeichen, die Jesus tat, wiesen ihn zumindest als einen Propheten aus, so dachte er. Nikodemus musste mit Jesus hierüber sprechen. Aus Angst vor den Juden besuchte er ihn nachts und beide Männer hatten ein langes und theologisch sehr tiefgehendes Gespräch miteinander. Dieses Kapitel ist eines der bekanntesten im Neuen Testament. Es befasst sich im Wesentlichen mit zwei Themen, einerseits mit der Kreuzigung Jesu Christi und andererseits mit der Wiedergeburt. Man kann auch sagen, dass es um das objektive Heil durch und in Golgatha und das subjektive Heil in der Wiedergeburt geht. Beides sind also heilsnotwendige und damit wichtige biblische Wahrheiten im Leben eines Christen. Johannes 3 ist ein spannender Bericht des Gesprächs zwischen Jesus und Nikodemus und enthält einige sehr wichtige Aussagen zum Glauben und vor allem zur Wiedergeburt, die Jesus dem Bibellehrer Nikodemus gegenüber machte. Diese Kassette hörte sich Alex allerdings nun schon zum zweiten Mal an, denn er vermisste etwas in der Predigt und das beschäftigte ihn sehr. Jesus tadelte nämlich Nikodemus, weil dieser nichts von der Wiedergeburt wusste. Aber konnte Nikodemus nicht ausschließlich aus dem Alten Testament von der Wiedergeburt wissen, dachte Alex? Das Neue Testament war ja zum Zeitpunkt des Gesprächs noch gar nicht geschrieben, also musste die Wiedergeburt doch im Alten Testament erwähnt worden sein. Alex überlegte fieberhaft, aber ihm fiel beim besten Willen keine Stelle ein, die im Alten Testament von der Wiedergeburt berichtete. Als er die Kassette zum zweiten Mal hörte, fiel ihm Folgendes auf. Jesus sprach im Wesentlichen nur über zwei Themen, nämlich über Golgatha und über die Wiedergeburt. Für Golgatha gab er Nikodemus ein alttestamentliches Bild, nämlich das, wo Mose in der Wüste die eherne Schlange erhöhte. Das Volk Israel war auf seiner Wüstenwanderung Gott ungehorsam gewesen und zur Strafe schickte Gott feurige Schlangen unter das Volk, die die Israeliten bissen. In seiner Not rief Mose zu Gott und Gott wies ihn an, eine Schlange aus Bronze zu fertigen und auf einem Stab aufzurichten. Alle, die auf diese Schlange schauten, blieben am Leben. Jesus legte in seinem Gespräch mit Nikodemus dieses Bild auf die Kreuzigung aus, die zum Zeitpunkt des Gesprächs ja auch noch zukünftig war. Nikodemus hätte also von der Kreuzigung aus dem Alten Testament wissen können, theoretisch jedenfalls, dachte Alex. Das war allerdings ein sehr hoher Anspruch, den Jesus an die Bibelkenntnis des Nikodemus stellte, meinte Alex bei sich. Aber Jesus forderte Nikodemus auch bewusst heraus, denn dieser hatte sich schließlich mit den Worten vorgestellt, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Daraufhin antwortete Jesus sinngemäß, du weißt nichts, Nikodemus, setz dich und hör zu. So wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte, so muss des Menschensohn erhöht werden. Hier öffnete also Jesus, dem Theologen Nikodemus, das Verständnis zum Lesen des Alten Testaments. Alex verstand, dass er hier tatsächlich ein kleines Wunder vor seinen Augen hatte, denn diese Zeilen, die von der Ehrenschlange handeln, wurden über Jahrhunderte und Jahrtausende von den Juden gelesen, ohne sie jemals vollständig zu verstehen. Vielleicht konnte die Begebenheit mit der Ehrenschlange auch in der Synagoge irgendwie und mit ein bisschen gutem Willen als Beispiel auf einen hinschauenden Glauben auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ausgelegt werden. Aber warum mussten die Israeliten auf eine Schlange schauen? Warum war diese Bronzen, in der Sonne glänzende, feurige Schlange das Symbol der Rettung? Dies blieb den Altestamentlern viele Jahrhunderte verborgen. Erst mit der Kreuzigung Christi bekam die Stelle ihren eigentlichen tieferen Sinn. Sie schattete nämlich die Kreuzigung Jesu Christi viele Jahrhunderte vor seinem Kommen voraus. So wie die Israeliten auf die Ehrenschlange schauen sollten, um am Leben zu bleiben, so sollen alle, die im Glauben auf das Kreuz Jesu Christi schauen, am Leben bleiben, dachte Alex bei sich. Die Sünde kann ihnen nichts anhaben. Jesus wurde auf Golgatha zur Sünde gemacht. Das ist das Bild der Schlange. Aber alle, die im Glauben auf ihn schauen, werden gerettet. Was für ein gewaltiges Bild, dachte Alex und staunte. Und was für ein hoher Anspruch, den Jesus an Nicodemus hatte. Aber immerhin unterhielten sich hier zwei Männer, die das Wort Gottes gut kannten. Einer war ein Lehrer des Worts und der andere war der Eigentümer des Worts. Oder eigentlich war er mehr. Er war das Wort selbst, murmelte Alex vor sich hin, während er seine Grundrisse zeichnete. Könnte es sein, dass die Bibel eine zweite, tiefere Bedeutung hatte als die, die man zunächst vor Augen sah? Ganz offensichtlich. Zumindest ging das den Juden über viele Jahrhunderte so. Na, da hoffen wir mal, dass das uns Christen nicht genauso geht, seufzte er leise und hörte weiter auf die Stimme aus dem Kassettenrekorder. Das zweite Thema, über das Jesus mit Nicodemus sprach, war das Thema der Wiedergeburt. Für die Wiedergeburt jedoch gab Jesus Nicodemus kein Bild aus dem Alten Testament. Dennoch tadelte er Nicodemus. Nicodemus könnte demnach also aus dem Alten Testament von der Wiedergeburt gewusst haben. Nicodemus hat sich sicher gefragt, wovon Jesus überhaupt redete. Im Übrigen, dachte Alex, stellt sich uns heute die gleiche Frage, wovon redet Jesus und wo ist die Wiedergeburt im Alten Testament zu finden? Dieser Frage wollte er nachgehen. Als er abends nach Hause kam, machte er sich sein Abendessen und während er aß, las er parallel Johannes 3. Plötzlich klingelte es und Nic, einer seiner Studienfreunde, stand vor der Tür. Nic war auch in der Gemeinde, die Alex besuchte und schon viele Jahre gläubig. Er studierte Maschinenbau und ab und zu hielt er Bibelstunden. Er kam Alex wie gerufen. Er drückte den Türöffner und kaum war Nic die Treppe hochgelaufen und hatte die Wohnung betreten, überhäufte ihn Alex schon mit Fragen. Wo steht die Wiedergeburt im Alten Testament? fragte er ihn unvermittelt. Besann sich dann aber auf seine gute Erziehung, bot ihm zunächst ein Abendbrot an und machte ihm einen Tee. Sofort waren die beiden beim Thema. Nic erklärte ihm, dass seines Wissens nach der Prophet Hesekiel von der Wiedergeburt spreche. Er zitierte zwei Bibelstellen aus Hesekiel 11 und Hesekiel 36. Dort steht, Darum sage, so spricht Gott der Herr. Ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid und will euch das Land Israels geben. Dorthin sollen sie kommen und alle seine Götzen und Gräuel daraus wegtun und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Alex fragte nach, aber wo steht in diesen Versen von der Wiedergeburt? Nun meinte Nic hier steht, dass Gott sein Volk Israel aus allen Völkern sammeln und ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben will. Okay, sagte Alex, das heißt, Gott gibt seinem Volk ein anderes Herz und er gibt ihnen einen neuen Geist, aber das hat doch nichts mit Wiedergeburt zu tun, oder? Doch, doch, wenn jemand im neutestamentlichen Sinn Gottes Geist hat, dann ist er wiedergeboren. Wenn er glaubt, also wiedergeboren ist, dann hat er auch ein neues Herz bekommen. Alex dachte darüber nach. Er erinnerte sich daran, was er in der Kinderstunde immer wieder gehört hatte. Wenn jemand glaubt, dann wohnt Gott in unseren Herzen. Er hatte sich immer über diese Aussage gewundert. Wie sollte Gott, der über allen Himmeln drohend in seinem kleinen Herzen wohnen? Als er aber begann, die Bibel zu lesen, verstand er, dass die Bibel das so gar nicht sagt. Sie sagt vielmehr, dass Gott durch den Glauben in unserem Herzen wohnt. Das klang doch deutlich plausibler. Danach war Alex der Meinung, dass Sonntagsschullehrerinnen das Wort Gottes mindestens ebenso gut kennen sollten wie die Pastoren, bevor sie Kindern davon erzählten. Dennoch ließ Alex nicht locker. Nick, hier steht von Geistesgabe und von Herztransplantation, aber nicht von Geburt. Jesus hat Nicodemus nicht gesagt, dass er ein neues Herz brauche oder dass er Gottes Geist haben müsste. Dann wäre Nicodemus vielleicht die Stelle in Hesekiel eingefallen. Jesus tut aber doch etwas ganz anderes. Er sagt Nicodemus, dass er von Neuem geboren werden muss. Nick dachte nach. Das hatte er so noch nie gehört. Aber eigentlich hatte Alex recht. Nick hatte sich auch vor vielen Jahren mit dieser Frage beschäftigt, aber er war zu keinem rechten Ergebnis gekommen. So hatte er sich mit dem abgefunden, was in den Bibelkommentaren gemeinhin hierzu vermerkt wurde. Aber selbst durchdacht hatte er es nicht. Er spürte, dass seine Argumente nicht ganz stichhaltig waren, traute sich aber gleichzeitig nicht der weit verbreiteten Ansicht, die er ebenfalls übernommen hatte, so ohne weiteres zu widersprechen. Er vertagte die ganze Sache und versprach Alex, sich in den nächsten Tagen mit dem Thema nochmals auseinanderzusetzen. Vielleicht konnten sie in einer der nächsten Bibelstunden hierüber nochmals sprechen. Damit war das Thema zunächst beendet. Nick und Alex unterhielten sich noch etwas über das Studium. Nick lud Alex zum Fußballspiel der Studentenmannschaft am kommenden Wochenende ein und verabschiedete sich dann von ihm. Alex mochte Nick. Er hatte ihm in vielen Glaubensfragen schon geholfen und außerdem hatte er ihm die Wohnung besorgt. Nick war schon in einem älteren Semester und einer seiner Freunde, der sein Studium in Aachen beendet hatte und jetzt bei einer Münchner Softwarefirma arbeitete, hatte seine Wohnung geräumt. Nick hatte Alex diese Wohnung vermittelt und dafür war er ihm dankbar. Aber er war auch sonst ein feiner Kerl. Über Glaubensdinge konnte man sich mit Nick immer gut unterhalten. Aber das Thema mit der Wiedergeburt im Alten Testament ließ Alex dennoch nicht los. Bis in die Nacht suchte er Parallelstellen in der Bibel, fand aber keine wirklich befriedigende Antwort. Die kommenden Tage waren angefüllt mit sportlichen Ereignissen und mit einigen Abschlussprüfungen, sodass das Thema etwas in Vergessenheit geriet. Aber es sollte schon bald wieder auf Alex zukommen.